hallo jetzt schön dass ihr wieder dabei seid hier im rück rückkampf prinzess wie auch so ist der rio der prinzess von den beiden ist es natürlich jetzt auf den ersten blick nicht zu erkennen das ist die grazile person in pink dass ihr gleich bescheid wisst das bin ich mit den schicken rosa hasen und jawohl schön oh nein endlich wo nein wo ist warum bin ich jetzt nicht da rausgegangen ich hab da keine ahnung Wollte ich jetzt so ein bisschen Remy Demi machen, ne? Hey! Fein! Was macht er denn da? Hohohohoho! Ist das krass! He 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 he! He 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 he! These superstars looking for a victory, looking to build momentum. Five! Back into the ring now! That one stung! What an impact from that kick! So, jetzt ist Prinzess richtig wütend, wa? Seht ihr denn? Hopp! Das ist schön! So mag ich das! Jetzt ist es schön! Boah, das gibt's doch nicht! Hopp! Nein! Zu früh! Ich weiß nie, wann der richtige Zeitpunkt für diese RT-Taste ist, ne? Ich mach da immer irgendwie so ein bisschen hier, Remy Demi. Aber es wird halt nicht so, ne? Neuuuun! Nicht schon wieder! Hey! Nein! Jetzt auch fein! Nein! Das war jetzt nicht fein! Komm, komm, komm! Oh, nein! Ah! Ja! Ich hab doch gekontert! Oder? Ja! Haha, schön! Er wartet extra! Er wartet extra! Genau bei Alice Prinzessin! Hat auch nicht den ganzen Tag Zeit der Arme, Junge! Oh, nein! Oh, nein! Nein! Nee, schon wieder! Monometer! Hallo! Was heißt denn das? Komm! Boah! Genau! Dreht mal schön drauf hier! Oh, nein! Was heißt denn das? Also, ich finde, ich bin schon sehr rumpflastig, hab aber dünne Ärmchen irgendwie, ne? Als wenn mir jemand so ein bisschen die Luft rausgelassen hätte. Aber dafür haben wir auch einen schönen großen Bauch, ne? Ich wollte eigentlich, dass er mir sowieso ein Gamer aussieht, also sprich, äh, einen schönen flachen Brustkorb und, äh, einen schönen voluminösen Bauch, ne? Aber, wollte er nicht so. Irgendwie sieht er noch zu, ja, mächtig prächtig aus, finde ich. Oh, nein! Hallo! Nein! Ei, das ist fies! Heieiei, Heidewitzka! Was machst du denn hier, hey? Lass mich doch mal! Och, nee! Genau, jetzt, komm! Mach was! Prinzess! Hüpf ihm so ein bisschen ins Gesicht, genau! Nochmal! Nochmal! Fein! Okay, schön reinbrollen hier! Oh, nein! Hat nicht geklappt! Das ist jetzt wirklich von, oder was? Schnell, der macht sich wichtig! Und? Genau, schön in die Esse! Und? So, mock wie dat! Mach was mit ihm, komm! Schön kneten und ins, genau! Machen wir so ein bisschen Bio-Botox, also, Gesichtsverschönerung. Ja. Und jetzt erzähl ihn aus! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Schön! Fein! Hau ihn runter, genau. Der hat sogar dem Shiri einen gewonnen. Ja. Oh nein. Ja. Endlich, jetzt hausen wir endlich aufs Gesicht, ja was. Braucht er so ein bisschen was hier? Das gibt's doch nicht. Ja. Endlich. Halt doch mal ein bisschen was. Ja, nein. Und? Schön. Endlich. Fein. Was ist denn Shiri in der Ruhe, Mensch? Genau, schön reintreten hier. So, jetzt. Nochmal. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Fein. Super. Boah, Prinz ist jetzt so wütend geworden. Das klugt er mir gar nicht, ne? Seht ihr das? Jetzt kommt's hier nochmal raus hier. Ah, das gibt's doch nicht. Genau, super. Super. Fein. Oh, what a painful kick. What a nasty elbow. And did you hear the impact on that kick? Fein. Listen to this place come alive and build support for him. You're tuned into Monday Night Raw live and in high definition. Achtung. Und? Boah, ich wirbel den wie so ein Sandzack herum. Das gefällt mir. Ja, genau. Schön ins Gesicht. Einhaftig gemacht. Prinzess. Steh doch auf, bitte, Prinzess. Genau. Oh, nein. Jetzt hat genau ein Schien. Jawohl. Ich hatte jetzt ein bisschen doof, ne? Oh, nein. Jetzt hat er kommt. Mach was. Schön. Hopp. Nein. Oh, Prinzess. Komm jetzt. Oh. Nein. Das war jetzt nicht nett. Oh. Das gibt Armschmerzen, Mensch. Oh. Meine kleine Prinzess, Mensch. Nein. Er will mich jetzt unbedingt fertig machen. Oh, ja. bt nicht er was ich bin doch nicht so gut aber zum schluss doch so schlecht ich habe mir das ganze ein bisschen anders vorgestellt aber war leider nicht so und so habe ich verloren habt ihr sie sehen leute naja was soll ich machen da ist ja wir tun ich gut der fiese aber dann müssen wir jetzt durch ja jetzt ja man hätte von nix das heißt wir müssen trotzdem irgendwie weitermachen wenn das video euch gefallen hat dann bitte dürft ihr mich gerne abonnieren und glöckchen drücken wenn ihr nicht vergessen denn dann werde mir schön benachrichtigt sobald ich wieder etwas hochgeladen habe von diesem video plane ich vielleicht noch mal eine fortsetzung schauen wir mal je nachdem wie lustig ich bin ok leute ich sage danke fürs zu sehen bleibt anständig und vor allem sauber heißt doch bitte die achsen und danke bis bald tschüss papa